Wie ist elektromagnetische Verträglichkeit? Beziehungsweise durch das Einschalten wird ein Stromkreis geschlossen, ein Strom fließt und es entstehen magnetische Felder. Daher kommt der Begriff elektrische und magnetische Felder. Jetzt geht es darum, wenn diese elektrischen und magnetischen Felder entstehen, was passiert? Wie viel elektrische Feldstärke wird vom Gerät abgestrahlt und kann ein Gerät, was benachbart ist, gestört werden? Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr geht mit eurem Handy an einem Funkmast vorbei und euer Handy hat auf einmal keinen Empfang mehr, schaltet sich selber aus, beziehungsweise das Display wird zerstört. Also ihr habt auf einmal einen ganz schwarzen Bildschirm. Wir wollen untersuchen, was passiert, wenn dieses Elektroauto eingeschaltet wird. Das heißt, wir schalten die Spannung an und es entsteht ein elektrisches Feld. Wir schalten den Motor ein, es fließt ein Strom zum Motor, er bewegt sich und wir erzeugen um den Motor ein magnetisches Feld. Das heißt, es werden elektrische und magnetische Wellen beim Einschalten des Autos in den freien Raum abgestrahlt. Und wir wollen herausbekommen, wie wird das benachbarte Auto gestört, wird die Ladesäule gestört. Wie kann man sich das vorstellen? Nehmt einen Stein und wirft es, werft diesen Stein ins Wasser. Und um diesen Stein, um den Einschlagswort, entsteht eine elektrische, beziehungsweise eine Wasserwelle, die sich frei in dem See ausbreiten kann. Wir nutzen einen ähnlichen Effekt, das heißt, wenn man den Stein ins Wasser wirft, entsteht die Welle und wir stellen eine Wand rein ins Wasser und die Welle wird zurückgeschoben, das heißt reflektiert. Überlagern sich die Wellen, wird die Welle immer größer, beziehungsweise bleibt gleich. Und so einen ähnlichen Effekt wollen wir hier in diesem Raum benutzen. Das heißt, der Motor wird eingeschalten, die elektrische Welle weitet sich im Raum aus und wird an den Wänden zurückgeworfen. Das heißt, wir haben hier im Raum eine stehende Welle. Um jetzt aber herauszubekommen, wie die Feldstärke im gesamten Raum ist, beziehungsweise um das Auto sich verteilt, können wir die Wände bewegen. Deswegen sind die Wände aus Stoff gemacht. Um diese Vermessung zu realisieren, beziehungsweise die elektrische Feldstärke rauszubekommen, haben wir hier eine Antenne. Das heißt, wir können in jedem räumlichen Ort hier in unserer Mondenverwirbelungskammer die elektrische Feldstärke ganz gezielt vermessen. Wir können die Anlage auch umgekehrt benutzen. Das heißt, wenn wir Antenne umdrehen, in eine Ecke reinrichten oder auf eine Wand, dann können wir versuchen, mit Sendenanlagen eine elektrische Welle zu erzeugen und in den Raum reinzustrahlen. Das heißt, wir möchten herausbekommen, wie reagiert das Auto auf eine elektromagnetische Welle. Das heißt, wenn ein Nachbarauto auf das Auto einwirken würde. Und um die räumliche Verteilung besser zu gestalten, können wir dann wieder durch die Wände die elektrische Welle um unser Objekt herumschieben. Das heißt, eine homogene Gleichverteilung gestalten. Endergebnis dieser ganzen Untersuchung ist dann, wir können herausbekommen, stört unser Auto andere Autos, beziehungsweise wird unser Auto durch benachbarte Autos gestört. Das ist der Sinn dieser Mondenverwirbelungskammer.